In einem Hotel steht alles zur Verfügung und hat seinen Platz. Aber was macht man, wenn man an einem Ort feiern möchte, wo es keine Küche gibt? Dafür werden die Dienste eines Caterings in Anspruch genommen. Das Besondere an einem Catering ist, dass man prinzipiell eine Kulinarik bieten kann, überall dort, wo normalerweise keine Küche zu finden wäre. Mark Lewis kümmert sich um die reibungslose Abwicklung von Events jeder Größenordnung. Ein Caterer prinzipiell muss alle Dienstleistungen, die mit einem Catering in Verbindung zu bringen sind, auch bieten. Wie zum Beispiel auch die Organisation von Möbel, Dekoration, Rahmenprogramm und Technik. Der allgemeine Trend in der Gastronomie spiegelt sich auch beim Catering wieder. Auf Nachhaltigkeit und Produktqualität wird großer Wert gelegt. CCB nahm hier eine Vorreiterrolle ein. Wir waren eines der ersten österreichischen Catering-Unternehmen, die Fairtrade zertifiziert waren. Wir sind auch sehr stolz darauf, Fairtrade-Produkte einzusetzen. Wir wollen den Produzenten in den sogenannten Entwicklungsländern auch einen fairen Preis zukommen lassen. Die Herausforderung ist die Zufriedenheit des Gastes, der von dem Treiben hinter den Kulissen gar nichts mitbekommen soll. Denn schließlich wollen wir einfach genießen und an ungewöhnlichen Orten eine schöne Zeit verbringen.